Gut, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz für unsere Auswärtsspiele bzw. Nachwärtsspiele morgen Abend um 19 Uhr in Pürnasens. Hier vorab zwei Informationen. Zum einen die Pokal-Auslosen war hier am Samstag gewesen. Unser Weg führt uns zu Saunen 5. Das Spiel wird aller Voraussicht nach, also die letzte Bestätigung ist noch nicht da, aber es sieht danach aus am 30.04. sein um 18 Uhr. Also Dienstagabend bin ich am besten. So, und dann haben wir noch eine Vertragsverlängerung, eine Vertragsunterschrift zu vermelden. Das ist Timo Wagner aus der U19. Er wird uns ein Jahr weiterhin erhalten bleiben, nachdem er jetzt auch schon seit U13 hier ist und wird das Torhüterteam der ersten und zweiten Mannschaft für die kommende Saison erweitern. Das wird hoffentlich auch verbessert. Okay, dann können wir zum Spiel kommen. Wir sind die Jungs aus dem Jürgen hier rausgegangen. Ja, ich denke mal, grundsätzlich erstmal natürlich mit viel Euphorie, mit viel Freude. Und was jetzt so Verletzungen angeht, haben wir jetzt nicht so weiteres hinzubekommen. Wir mussten ja sehr viel aufgrund von ein bisschen Wadenproblemen rauswechseln. Also wird es jetzt heute eigentlich erstmal darum gehen, in die Mannschaft reinzuhorchen, ob jeder Augenbaum wieder die Frische erreichen kann, um dann auch wieder so eine Leistung wie gegen Hornburg abrufen zu können. Okay, danke. Jose, im Innspiel, da warst du noch nicht dabei gewesen. Worum geht es dann nach Prübersitz? Ich weiß nicht, ob du schon dort gespielt hast. Was erwartest du dort? Ne, Prübersitz ist ein Neuland für mich. Ich erwarte aber trotzdem an dem, dass, ja, sag ich mal, ein kleines Dörby ist, dass die natürlich heiß sein werden, dass es für die das Spiel ist, dass es ein gut sein wird, weil der große FC halt dahin kommt. Und das wird mit Sicherheit ein kampfbetontes Spiel. Und da wollen wir natürlich das Maximale mitnehmen. Okay, danke. Oder eine Frage, bitte? Jose, jetzt geht es für euch um Platz zwei. Aber für Prübersitz geht es halt noch so um eigentlich das Überleben der Liga. Wie wichtig ist es auch gegenüber den anderen Vereinen, die da unten drinstehen, dass ihr da eure Leistung abruft und wird also so zum Betriebsausflug nach Prübersitz behauptet? Wir sehen es jetzt für uns persönlich als wichtig. Und wir spielen ja nicht für die anderen Mannschaften, die, sag ich jetzt mal, im Keller sind. Und wir haben uns vorgenommen, das Maximale, was es noch zu holen gibt, in dieser Saison zu holen. Und schon allein deswegen, weil wir einfach Profis sind, wenn wir alles geben und das Maximale rausholen. Und jetzt nicht, um irgendeinen Verein, der unter den Tabellenregionen ist, in den Verein zu trinken. Frau See, du bist als Stürmer, so ein bisschen als Nachfolger von Kevin Behrendt und Patrick Schmidt nach zur Prübersitzung gekommen. Warst dann relativ schnell, schwer verletzt und bist jetzt Linksverteidiger geworden. Beschreib doch ein bisschen, wie du damit umgehst. Ja, ich gehe damit so um, dass ich da, wo ich nun mal aufgestellt werde, probiere, das Maximale rauszuholen. Das heißt, meine Leistung zu bringen. Und ja, es haben halt mehrere Faktoren dazu geführt, dass ich jetzt, sag ich, zwar nicht vorhin spiele, aber muss auch zugeben, dass die beiden, der Gilly und der Sebi das sehr gut machen. Und von daher gibt es halt auch gar keinen Grund, jetzt irgendwie da was zu wechseln. Und es ist halt nun mal so gekommen, dass ich jetzt Links hinten spiele und ja, werde diese Position, solange der Trainer das als nötig empfindet, halt auch, ja, umleiden. Siehst du das als Übergangsposition für ihn oder kann das auch perspektivisch was Ängeres sein? Ja, ich bin da ganz ehrlich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ja, also im Rahmen der Vorbereitung kann ich mich erinnern, in Wiesbaden mit Joe als linker Verteidiger auch mal gespielt, als wir im 4-4-2 gespielt haben. Da hat er schon seine Probleme gehabt, dann haben wir anschließend gesprochen und dann sind wir eigentlich so verblieben, dass wir gesagt haben, Joe, Dreierkette, linke Seite, glaube ich, ist eine gute Position für dich, stören wir ja sowieso. Oder wenn wir 4-4-2 spielen, eher der offensivere Part ist. Aber nach dem Spiel mit Wiesbaden sind wir eigentlich so verblieben, dass wir gesagt haben, ja, linke Außenverteidiger machen wir nicht mehr. Und ja, wie wir gesehen haben, war dies am Wochenende hinfällig. Hat natürlich mehrere Hintergründe gehabt, aber für mich ist entscheidend, A, ist der Joe erfahren und auch clever genug, solche Dinge anzunehmen und auch so schnellstmöglich auf diese Dinge dann einzustellen. Und B, war es einfach jetzt am Wochenende für mich oder für uns im Trainerteam eine Situation, wo wir gesagt haben, wir wollen auf Joe aufgrund seiner Körperlichkeit nicht verzichten, gegen eine sehr robuste Romburger Mannschaft. Aber auch trotzdem die Qualität, die er nach vorne mitbringen kann, dann auch nutzen. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, man hat am Anfang gesehen, er so zwei, drei Problemchen noch hatte. Aber ich glaube, je länger das Spiel gedauert hat, desto sicherer wurde er in den Defensiven. Defensiv hat er da gar nicht zugelassen. Offensiv hat er sich auch immer wieder mal eingeschaltet und hatte mit Sicherheit auch großen Anteil daran, dass Hamburg nicht das Spiel durchziehen konnte, was sie sich vielleicht erhofft haben. Wie ist es denn für dich als Stürmer in Anführungszeichen, als der hierher gekommen ist, war das immer noch auf ein erstes Tor? Eigentlich eine ungewohnte Situation für dich, oder? Ja klar, aufgrund der Umstellung der Position ist es natürlich schwerer geworden, weil man halt so weit entfernt vom gegnerischen Tor ist, wie noch nie in der Laufbahn. Aber ich mache mir da jetzt selber gar keinen Stress, weil es irgendwann mal halt auch kommen wird. Also ich denke, dass es wichtig ist einfach, dass wir erfolgreich sind. Und wäre es jetzt nicht der Fall, dann würde man denke ich auch von außerhalb mehr darauf hingewiesen. Und jetzt ist es ja so, dass es bis auf das Mannheim-Spiel von den Ergebnissen, nehmen wir noch das Formspiel noch raus, eigentlich recht gut gepasst hat. Und ja, ich mache mir jetzt da selber gar keinen Druck und schon allein aufgrund dessen der Testierungstellung beziehungsweise Position, die ich jetzt spiele. Als Stürmer motiviert man sich ja so ein bisschen über die Tore oder über die Vorlagen. Wie motivierst du dich jetzt als Abwehrfehler über die gewonnenen Zweikamente? Ja, es ist schon... Oder ist es dann doch schöner, wenn du jenseits der Mitglieder hier bist? Ja, das ist halt schon eine andere Motivation. Man will dann halt, sag ich jetzt mal, in erster Linie kein Gegentor kriegen. Das ist dann... Das ist halt einfach ein Spiegelbild von der Motivation vorher. Und man ist natürlich ein Stück weit zufrieden, wenn man kein Gegentor bekommen hat. Dann weiß man, dass man zumindest schon mal die Basis geschaffen hat, beziehungsweise seine Basics erledigt hat. Und wenn man dann halt offensiv irgendwie Akzente setzen kann, ist es dann halt umso besser. Dirk, Fabian Eisner, den haben wir in einem Mal am Schirm, war jetzt relativ überraschend. Der Kader hat es gemacht, ich habe ihn schon gesagt, Torfahnden, der hat sich gut bewegt. Das wäre jetzt auch in den Gedankenspielen, im Hinblick auf kommende Saison nochmal auf gestärktes Thema. Das bin ich vielleicht mal nochmal so in den letzten 8-Spielen selbst auch nochmal angedrückt. Weil es kam ihm auch immer so ein bisschen überrasen nach dem Motto, das Thema ist bei ihm schon durch. Ja, ich sag mal so, Fabian hat es sich einfach jetzt auch mal verdient gehabt, wieder mitgenommen zu werden, wieder im Kader zu stehen. Hatte da irgendwie unter der Woche das Gefühl, dass er uns da vielleicht dann auch nochmal weiterhelfen kann, wenn die Situation es hergibt. Das hat er natürlich eindrucksvoll dann auch bewiesen. Grundsätzlich ist es so, dass alle Spieler, die noch keinen Vertrag haben, weiterhin die Möglichkeit haben, auf sich aufmerksam zu machen. Und viele Themen sind definitiv noch nicht erwähnt, was in den neuen Saisonmitglieden passieren. Also dementsprechend gehört Fabian mit Sicherheit auch dazu, ob er vielleicht noch einen weiteren Vertrag hier bekommt oder nicht. Okay, gut. Wenn an dieser Stelle keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich für euer Kommen und eventuell ins Morgenabend. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.